Hallo, in diesem Video möchte ich euch erklären, wie ihr eine festsitzende Schraube ganz einfach lösen könnt. Um Schrauben, die richtig fest sitzen, sollte man sich die Materialeigenschaft des Metalls zunutze machen. Denn wenn man die Schraube erhitzt, z.B. durch einen Föhn oder einen erhitzten Schraubenzieher, dehnt sich diese erst einmal aus. Sobald die Schraube aber wieder erkaltet, zieht sie sich wieder zusammen. Durch diese Warm-Kalt-Behandlung lockert sich die Schraube und lässt sich nun viel leichter aus dem Material herausschrauben. Probiert es einfach mal aus und schreibt mir in den Kommentaren, wie es funktioniert hat. Über ein Like für diesen Beitrag würde ich mich sehr freuen. Und abonniert auch meinen kostenlosen Kanal, damit ihr immer die neuesten Videos von mir sofort erhaltet. Bis bald! Bis bald!